Das ist es. Das neue Magazin von Public Guy. Fröscher Presse und so dick wie noch nie. Und jetzt Erkenntnisse aus der Krise. Während der Woche haben wir uns im ganzen Team von Public Guy mit den Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigt. Sie haben uns insbesondere gefragt, wann es die Krise am hartesten trifft. Wir haben viel diskutiert, gelesen, recherchiert, uns austauscht in unseren Netzwerken auf der halben Welt und haben geschrieben. Viel geschrieben. 40 Seiten allein zu Corona in diesem Magazin. Dazu hat es auch noch eine Reportage aus Brasilien, wo wir herausfinden, unter welchen Bedingungen die Orangen geerntet werden, die wir dann jeden Morgen als Orangensaft trinken. Also wer das alles lässt und nichts Neues lehrt, der weiss schon sehr viel. Darum haltet euch das Magazin. Gratis. Im Shop von Public Guy. Unter Public Guy.ch Und dann habe ich noch etwas vergessen. Ein Poster hat es auch noch. Echt jetzt? Das erste Mal. Denkanstanz zur Weltverbesserung. Alles, was wichtig ist auf der Welt. Auf einer Dokusseite. Das hast du noch nicht gesehen. Halt dir dein Magazin. Gratis. Oder wirken. Das ist auch gut. Merci vielmals. ências Konzep frameswechsel. 23 Sekunden, willing, in der eine Schlüssel wird auf eine Zahl der Schlüssel система dibine. Aber ich kriege war zu, wenn ichailable dort die Schlüsselauss in einible brushes zusammen 21 Sekunden zu verab nat file ich allesramos. Aus convenience! Vielen Dank.